Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Berichterstattung auf RegioTV Plus. Ich glaube unschwer zu erkennen, wir sind auf der Messe, mein armer Kameramann fliegt fast hinten raus. Und ich denke, ein bisschen Nostalgie muss schon sein, wenn wir hier an der grossartigen Herbstmesse in Basel sind. So, was haben wir heute denn alles vor? Wir werden unterwegs sein für euch an ein paar Stände. Upp, jetzt geht's ab, wird's mal langsam drömmlich. Was ich noch habe wollen sagen, bevor ich den Kopf ganz verliere. Und das ist mir noch wichtig, wenn ihr eine Anliege habt, die anrufen, die zu schreiben. Wir sind natürlich glücklich über alle Informationen, die wir kriegen von euch. Und selbstverständlich können wir auch nicht überall herangehen, aber wie gesagt, wir sind froh, wenn wir so viel wie möglich wissen. Und es drüllt und drüllt und drüllt weiter. Jetzt denke ich, sind wir dann etwa bei einer Minute und 15 Sekunden oder ungefähr so. Jetzt sollten wir dann ein Ende nehmen, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir noch auf Gas kommen. So, also, bleib dran, wir gehen auf jeden Fall miteinander jetzt an diesen kleinen Rundgang mit drei Ständen von der Herbstmesse. Oje. Magst du noch? Ja, ja. Geht's da hinten dran? Ja. Komm, wir kehren mal um. Jetzt machen wir da bitte schnell noch.